million dollar baby von clint eastwood ein wahnsinnig guter film hier in der special edition zwei dvds vier oscars bester film art house beste film des jahres clint eastwood legt ja im hohen alter eh nochmal so richtig los und legt einen genie streich nach dem anderen hin eine sehr schön aufgemachte box natürlich auch recht empfindlich sehr gute mann zwei dvds haben wir hier ein kleines booklet hilary svenck für mich auch eine der derzeit besten schauspielerinnen nur ihre deutsche synchro stimme die gefällt mir nicht ganz so die kann mit den qualitäten ihrer schauspieler schon leistung nicht ganz mithalten ok das war's mit million dollar baby